Das gibt es nur hier bei uns bei der Mildenmaus XXL. Hör auf, ich möchte. Die Mildenmaus XXL ist ja auch ein Lohnhof. Hey, du kennst doch, wie viele Pollen regeln. Jetzt wollen doch noch mal einen. Ach ja, haben können wir fahren. Hierher kann man eine Mild vorzustellen. Die sind groß und zu sehen. Bei uns sind unsere Achterwagen-Lacht-Kluck-Kluck. Rechts, direkt, links, links. Die Mildenmaus XXL. Lauf, die Kölnmaus XXL. Die Kölnmaus XXL. Wir sind diese Sachen. Heute wieder hier oben auf dem Kölnhaushäden im Grunde 13. Die Kölnmaus XXL sind Sie nicht zu verantworten. Das ist die Rüchte ganz der Masse, ganz der Masse, ganz der Masse. Hallo, hier oben sind wir auf dem Kassenshäuschen. Wo gucken die denn wieder alle hin? Hier, auf dem Dach, da wo man die Tickets kaufen kann. Ja, wo man die Tickets kaufen kann. Na, was sag's denn? Jetzt haben sie uns entwickelt. Na, was sag's denn? Chips waren die Tickets machen. Ja, wenn es sie nicht spielen, dann nach dem Dach. Das ist das. Hier, wie kommen die Tickets auf, in der Kirchen? Was ist die Mutter? Uft, nicht der Untertitelung des ZDF, 2020 Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR